So moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr sehr einfach Millionär in GTA Online werden könnt. Lasst dafür schon mal gerne einen Like da. Würde mich freuen, wenn wir heute mal wieder die 500 Likes schaffen würden. Und außerdem Leute, sind wir bald bei den 30.000 Abonnenten. Also lasst auf jeden Fall mal ein Abo da und aktiviert die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand in GTA Online zu sein. Denn hier auf meinem Kanal findet ihr immer die besten Money Tricks, Money Glitches, alles mögliche rund um GTA Online. Und deshalb einfach mal abonnieren. Habt ihr aber keine Lust Money Tricks oder Money Glitches zu machen und wollt einfach nur einen heftigen Account mit sehr viel Geld und einem hohen Level? Dann schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, denn dort habe ich euch den SebiMods verlinkt. Er hat wirklich einen sehr günstigen und sicheren Shop. Und mit dem Rabattcode Piero10 erhaltet ihr 10% auf alle Artikel in seinem Shop. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wirklich der beste Shop für all die Leute, die einfach nur einen heftigen Account haben wollen. Und dazu auch noch ein sicherer Shop. Da weißt ihr auf jeden Fall, dass ihr zu 100% nicht gescampt werdet. An dieser Stelle gehen jetzt aber jetzt mal Grüße raus an den Twitch-Teil-Virture, an den Exmo, an den Syntex-Stardage, an den R6 for Life und an den Gamer111. Denn das waren die ersten 5 Leute, die im letzten Video Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare geschrieben haben. Und wenn du auch in einer meiner nächsten Videos gegrüßt werden willst, dann aktiviere jetzt die Glocke. Und zu einer der ersten 5 Leute, die Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare geschrieben haben. Jo, kommen wir zum eigentlichen Thema des Videos. Und dafür geht ihr jetzt einfach mal zum gleichen Ort wie ich im Hintergrund. Denn dort befindet sich das Premium-Rennen. Das aktuelle Premium-Rennen könnt ihr nur mit Muscle Car starten. Und es ist wirklich extrem einfach. Wer die Premium-Rennen noch nicht kennt, ihr müsst um ein Premium-Rennen zu starten 20.000 Dollar ausgeben und könnt am Ende bis zu 100.000 Dollar daraus machen. Das heißt, wenn ihr ein Rennen gewinnt, bekommt ihr 100.000. Wenn ihr zweiter werdet, bekommt ihr 30.000. Und wenn ihr dritter werdet, bekommt ihr die 20.000, die ihr am Anfang eingezahlt habt, wieder zurück. Wenn ihr einen anderen Platz belegt, verliert ihr das Geld. Aber Leute, ich kann euch nur sagen, dass die Premium-Rennen euch zum Millionär machen. Denn mit dem Premium-Rennen macht ihr wirklich immer sehr, sehr viel Geld. 100.000 Dollar pro Sieg ist eine Menge. Auch für den zweiten Platz 30.000, also insgesamt 10.000 plus, ist wirklich nicht schlecht. Dafür, dass ihr eigentlich nur eine Rennfahrt. Also Leute, nutzt wirklich die Chance der Premium-Rennen. Und gerade dieses Premium-Rennen ist super einfach. Ihr müsst da wirklich nur aufpassen, dass ihr in einigen Kurven wirklich stark abbremst. Denn sonst werdet ihr aus der Kurve fliegen. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, diese Premium-Rennen nicht immer durchrasen zu wollen. Denn manchmal ist der Erfolg eines Rennens immer abhängig vom Bremsen. Wenn ihr ein bisschen mehr bremst, kriegt ihr die Kurve besser. Und wenn vielleicht der vor euch ein bisschen schnell in die Kurve reingefahren ist, ist er vielleicht schneller in der Kurve drin. Aber er fliegt auch wahrscheinlich schneller aus der Kurve raus als ihr. Und ihr könnt viel besser raus aus der Kurve beschleunigen. Und werdet ihn auf jeden Fall dann auch überholen. Also Leute, wirklich immer darauf achten, dass ihr entspannt und gut gebremst halt in die Kurven reinfahrt. Und nicht immer nur R2 durchspammt und gedrückt hält und die ganze Zeit einfach nur durchrace. Wirklich auch bremsen Leute. Und passt auf, dass ihr keine Unfälle baut. Und wenn ihr unfallfrei seid und immer gut bremst, dann werdet ihr auch diese Zeit, äh, was für Zeitrennen, Digga, Premium-Rennen immer schaffen. Und ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Ich hoffe, ihr macht damit richtig viel Geld, Leute. Und wenn es der Fall ist, dann lasst ein Like da. Wie gesagt, 500 Likes wäre schmackhaft. Ich bin jetzt erstmal raus. Lasst natürlich auch ein Abo da, Leute. 30.000 müssen bald am Start sein. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Später sind auch noch Videos geplant. Also haut rein und aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Ich bin raus, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.